Was schaut der alte Fiaker? Lieb ist er. Freuen wir euch noch ein bisschen. Dankeschön, so viel Zeit haben wir noch. Leider. Hallo Taxi! Hallo Taxi! Hallo Taxi! Hallo Taxi! Hallo Taxi! Da brennt ja alles an! Liesse! Liesse, Kinder! Jetzt gleich hier blasen. Kinder, das wird er blasen. Ich spür's. Fliesse! Fliesse! Schau dir mal an, der Wille! Hallo Taxi! Hallo Taxi! Rufen heute alle Leute. Wenn es uns auch noch so ärgert, das ist einmal der Ruf der Zeit. Hefiakka! Hefiakka! Hätten wir zwei lieber gehört. Aber Freundel, was willst du machen? Das hat der Fortschritt ganz zerstört. Hallo Taxi! Hallo Taxi! Wie sie fahren, das ist ein Gras. Und bei 70 Kilometern steckt der Christoph Oros aus. Hefiakka! Hefiakka! Sie sind von einem noblen Stand. Wissen Sie, wie die Leute sie heißen? Spatzenfutterfabrikanten. Hallo Taxi! Hallo Taxi! Hör ich das! So wird mir schlecht. Luftverpester seid ihr alle. Und sonst gar nichts. Ich habe mir gekriegt. Na was denn? Hefiakka! Hefiakka! Mit mir vergleichen sie ihn nicht. Das ist grad, wie wenn der Sputnik mit einem Schubhorn wegfahren geht. Hallo Taxi! Hallo Taxi! Hallo Taxi! Sie werden ja noch was sagen! Wissen Sie, was Sie mich kennen? Ja? Sie können mich von dem Graxen sagen! Okay! Prost! 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 Ja da bin ich glücklich. Ja ja wohl. Jetzt habe ich was Gutes zu trinken gehabt. Jetzt verdanke ich ihn. Komm jetzt ja auch. Meine Rose haben was Gutes zu frissen gekriegt. Jetzt verdanke ich den Präsidenten von Traubrennverein. Ja man hat seine Verbindung an. Bitte was. Man verkehrt auch nur mit den Spitzen der Gesellschaft. Na klar. Jetzt bin ich Leipfjacker von Herrn Kommerzialrat. So wie der Brotfisch beim Grand Prinz Rudolf war. Mein Gott! Ich hab gefeiert ja Persönlichkeiten. Den Leher noch. Da hat er noch gehabt, dass er schön und voll wie war. Ja. Da war noch der und der und die waren alle wer. Alle. Das gibt es heutzutage ja. Alles nimmer mehr. Wenn dein Onkel wüsste wie arg nicht die Grippe erwischt hat. Wenn es nach dem ginge, könnte ich Tag und Nacht im Büro sitzen. Ja. Ja. Wie das Kind strahlt. Ja. Sie hat ja auch mich geheiratet. Ja. 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 Ja, du bist was passiert. Geh lass mich einmal runter. Na, servus. Ja, servus, dass mir was passieren muss. Na, was mach ma jetzt. Na, was mach ma jetzt? Ja, servus. Halt der Taxi!